Das weiß aber unser Gehirn nicht. In dem Moment, wo wir jetzt Stress haben, weil wir die Kinder abholen müssen und noch einkaufen müssen, noch kochen müssen und dann haben wir noch einen Anruf zu machen und dann ist die Arbeit auch noch da und dann muss ich dies und das und jenes. Dieser Alltagsstress ist fürs Gehirn nicht unterscheidbar. Du fühlst dich trotz gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf ständig energielos und müde? Dass du damit nicht alleine bist und wie man das in den Griff bekommen bekommt und was damit zusammenhängt, das erfährst du in diesem Video. Vorher nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn du mehr über Gesundheit und Energie erfahren willst und wir haben ein kostenloses E-Book in der Videobeschreibung zum Runterladen. Aber lass uns loslegen. Okay, zum Inhalt. Es ist so, viele, viele, viele sagen, sie ernähren sich gesund, sie schlafen genug, sie achten auf ihre Rhythmen im Leben und haben trotzdem keine Energie, sind erschöpft, wachen müde auf und sind irgendwie wie gerädert den ganzen Tag. Was ist da los? Und da wird an viele Dinge gedacht, aber ganz selten an die Hauptursache, nämlich die Darmgesundheit. Dein Darm ist hauptverantwortlich für deinen Energiehaushalt. Geht es dem Darm nicht gut, hast du automatisch wenig Energie. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen, auf die man achten darf. Fakt ist, wenn man das übersieht und nichts tut, dann wird es nicht besser. Dann wird an vielen verschiedenen Stellen geschraubt und dann werden Supplements genommen, es wird Koffein genommen oder irgendwelche Vitamine, die boosten sollen oder sonstige Dinge. Aber nichts sorgt wirklich für eine nachhaltige, saubere, vernünftige Energie von innen heraus. Es wird auch an viele andere Organe gedacht, die Nebenniere zum Beispiel, Schilddrüse und Leber und sonstige. Aber die sind nicht die einzigen Verantwortlichen und nicht immer irgendwie die Mitplayer. Hauptplayer an dieser Stelle ist der Darm und damit fängt im Grunde auch meistens alles an. Aber was ist da los im Darm? Das Problem für den Darm ist, dass das Mikrobiom, das sind die Bakterien, die wir im Darm haben, die unser Essen verdauen. Dieses Mikrobiom kann gestört sein und wenn es gestört ist, haben wir wenig Energie. Es ist verrückt, aber es gibt ganz neue Erkenntnisse, die zeigen, dass Bakterien im Darm, die wir haben, direkt kommunizieren über bestimmte Botenstoffe mit den Mitochondrien in unseren Zellen, die verantwortlich sind für unsere Energie. Und wenn es den Bakterien im Darm nicht gut geht, melden sie das und der Körper tut so, als wäre er krank und will sich ausruhen. Er will runterfahren, er will jetzt nicht arbeiten, er will nicht zum Sport und Workout machen, er will jetzt auch nicht mit den Kindern toben, der will jetzt sich ausruhen, weil er denkt, er ist krank. Das sind natürliche Mechanismen, die uns normalerweise schützen, aber sie bringen uns natürlich im Alltag nichts. Besonders dann nicht, wenn wir das Gefühl haben, wir machen doch alles richtig. Und da fängt es jetzt an, machen wir wirklich alles richtig. Was ist es denn, was das Darm-Mikrobiom stört? Nun, das sind zum einen Giftstoffe, die von außen in den Körper reinkommen, die wir nicht haben wollen. Dann sind es bestimmte Nahrungsmittelsubstanzen, ich nenne es jetzt einfach mal so, die in unserem Essen sein können, die wir vielleicht nicht unbedingt ausreichend vertragen oder die durch die moderne Landwirtschaft so verändert wurden, dass wir sie nicht mehr vertragen. Und da steht ganz vorne, Gluten, Milchprodukte und bestimmte sogenannte Pflanzenschutzstoffe, die die Pflanze selber entwickelt, um sich nicht fressen zu lassen von irgendwelchen Insekten oder Raupen. Und das sind die sogenannten Lektine. Die haben alle Pflanzen, aber es gibt eben exotische Pflanzen, die wir nicht in unseren heimischen Gefilden haben, die hier normalerweise nicht gewachsen sind oder wachsen. Und die haben Lektine, an die unser Mikrobiom nicht unbedingt gewöhnt ist. Man kann jetzt sagen, ja, aber Tomaten gibt es ja schon lange und Paprika. Ja, das stimmt. Aber noch nicht so lange, wie es eben Menschen gibt in Europa, Westeuropa. Das heißt, eure Darmbakterien werden ja immer weitergegeben. Das ist auch spannend. Von Mutter ans Baby, von der Mutter ans Baby, von der Mutter ans Baby. Das heißt, wenn ihr eine Mutter habt, die irgendwann mal ihre Wurzeln einfach in Mitteleuropa hat, dann ist das Bakterienmilieu an Mitteleuropa gewöhnt und nicht an südamerikanische Gemüsearten oder an afrikanische Obstsorten. Und deswegen kann es sein, dass es dann zu Schwierigkeiten kommt. Bei manchen ist das die Ursache. Also sogenannte Unverträglichkeiten können wirklich das Problem sein. Obwohl wir das Gefühl haben, dass wir uns gesund ernähren, kann es sein, dass bestimmte Lebensmittel doch vielleicht nicht so gut für uns sind. Das rauszufinden kann man mit unserer Methode, die wir in unserer Akademie lehren, kann man lernen, wie man das Ganze testet. Was ist noch? Was ist noch wichtig? Ein zweiter großer Player ist Stress. Ja, du hast richtig gehört. Stress. Ein bisschen ausgelutschtes Thema, aber ist nach wie vor mehr als der Nee präsent. Es gibt den mentalen, psychischen Stress durch die äußeren Umstände, die auf uns einwirken. Ja, beruflich, familiär, politisch unter Umständen. Was so einen ständigen, kontinuierlichen Dauerstress machen kann. Dann gibt es natürlich unsere eigenen Stresssorien, die wir in uns drin haben. Dass wir uns unter Druck setzen, dass wir uns keine Ruhe gönnen. Dass wir uns zu viel aufbürden. Manchmal in Lebensphasen auch aufbürden müssen. Warum ist das ein Thema? Ist doch normal, Stress hat doch jeder. Sonst ist man ja faul. Es ist deswegen ein Thema, weil unser Darm funktioniert so nicht. Unser Darm wird von einem Nerv innerviert. Das ist der sogenannte Parasympathikus. Das ist einer von zwölf Gehirnnerven, die sich dann im ganzen Organismus irgendwie auswirken und verteilen. Und dieser eine Nerv ist der Parasympathische Nerv. Die anderen Nerven sind alle mehr oder weniger Sympathikoton. Das heißt, die aktivieren. Der Parasympathikus beruhigt. Der ist genau das Antidot. Wenn ich jetzt aber alle anderen Nerven dazu zwinge, zu arbeiten, also meine Muskeln zu bewegen, mein Gehirn zu benutzen, aktiv zu sein, dann muss der Parasympathikus Ruhe geben. Das ist so gemacht, aus der Natur heraus, weil, wenn wir den Stress eigentlich brauchen, weil wir vor irgendeinem Raubtier davonrennen müssen, dann ist eben jetzt gerade keine Zeit zum Verdauen, da müssen wir jetzt rennen. Es wäre schlimm, wenn es jetzt andersrum wäre und der Tiger kommt und wir dann da liegen und sagen, ja, ne, ich muss jetzt verdauen, hau ab. Das geht nicht. Also, das heißt, das weiß aber unser Gehirn nicht. In dem Moment, wo wir jetzt Stress haben, weil wir die Kinder abholen müssen und noch einkaufen müssen, noch kochen müssen und dann haben wir noch einen Anruf zu machen und dann ist die Arbeit auch noch da und dann muss ich dies und das und jenes. Dieser Alltagsstress ist fürs Gehirn nicht unterscheidbar zu dem Tiger, der mich angreift. Und das ist das Problem für den Darm. Der Darm kriegt keine Ruhe. Der Darm kriegt keine Möglichkeit, ausreichend versorgt zu werden, innerviert zu werden. Das merkt dann das Mikrobiom und verändert sich. Bestimmte negative Keime werden mehr, bestimmte positive Bakterien werden zu wenig, werden zurückgedrängt. Das sorgt für ein Ungleichgewicht in der Darmflora und das wiederum sorgt dann dafür, dass es uns nicht gut geht. Das heißt, die zwei wichtigsten Faktoren sind eigentlich Unverträglichkeiten und der Stress. Es gibt noch einige andere Faktoren, aber die, wenn man in den Griff kriegt, dann kann man auch wieder energiegeladen werden und kann den Darm auch wieder nach vorne schieben. Sprich, man muss schauen auf die Unverträglichkeiten. Man muss gucken, dass man den Stress rausnimmt aus dem System. Und das Entscheidende ist vielleicht noch ein bisschen die Darmbakterien pflegen durch präbiotische Lebensmittel, die gut für die Darmbakterien sind oder probiotische Sachen, also Darmbakterien selber. Und auch da wieder gilt, es gibt sehr, sehr viel am Markt. Sehr gut ist, wenn man es nachtesten kann mit unserer Methode. Aber mehr dazu, mehr dazu erfährst du in unserem E-Book, das wir dir zur Verfügung gestellt haben. Lad es dir runter, es ist kostenlos und da findest du noch viel, viel andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen für den Darm, damit du endlich wieder in die volle Darmgesundheit kommst und in die volle Energie. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns und denk dran, lad dir das Buch unter. Ciao, der Matthias.